Es ist Dienstagmorgen, steht also eine Rätselstunde an und ich muss einen Voice-Over aufnehmen. Das Drehbuch habe ich schon geschrieben, das geht ein paar Seiten lang. Ich will jetzt schon sagen, das ist auf jeden Fall mit Abstand die aufwendigste Rätselstunde, die ich bisher gemacht habe. Aber wenn dieser Vlog online ist, habt ihr sie ja schon gesehen, Infokarte da oben. Yo, fahre mal rechts dran, das steht weh. Allee, Hallöchen, ich bin Revina und ich würde euch gerne 2 Millionen Euro schenken. Du bist Apo, oder? Das heißt Red! Yo, das war wirklich großzügig, von ihr uns das ganze Geld zu geben. Es war nur verdient, denn wir haben das Rätsel richtig lösen können. Voice-Over fertig. Sternchen, din, 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 Sternchen. Was ihr euch auf keinen Fall zum Vorbild nehmen solltet, liebe Freunde. Wenn ich ein sehr aufwendiges Video, wie jetzt beispielsweise diese Rätselstunde am Start habe, dann sitze ich natürlich ewig lange am Schnitt und komme nicht so dazu, mir was ultragesundes zu kochen. Da muss ich ganz ehrlich sein, ich will ja real eine. Und da wird es dann auch mal so eine Pizza. Extra Käse-gefällig. Ja, so eine Pizza gehört immer noch extra Gouda und extra Feta und so. Erst dann ballert die richtig rein. Oh yeah, Baby. Gouda. Und mein Special-Gewürz natürlich. Hier müssen da volles Rohr drauf, die Kräuter. So sieht das doch schon sehr viel besser aus, liebe Freunde. Aber in dem Ofen mit dir. Ist halt praktisch, jetzt kann ich in Ruhe weiterarbeiten. Aber gesund ist das natürlich nicht. Ab und zu kann man das mal machen, aber auf keinen Fall jeden Tag. Sex, eine Halbstunde später. Freunde, ich bin gerade am Livestreamen. Gruß-Seption, grüßt euch doch mal selber hier. Moment. Du bist Platz 3 der Live-Trends. Oh, wie cool. Na, guck mal, guck, hier hat angefangen. Hallo, liebe Vlog-Gucker. Hi, hallo, liebe Vlog-Gucker. Hallo, liebe Klo-Guger. Hallo, liebe Vlog-Gucker. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Abonniert mich, Mann. Dass ihr das noch einmal seht hier, ja genau, das sind die Trauben, die sind immer mit am Start. Ich muss den Stream erstmal zu Ende bringen, und dann melde ich mich wieder. So, der Stream ist fertig. Und am Ende des Streams ist noch mein neues Handy angekommen. Ja, mein Sony-Handy hat sich verabschiedet. Ich bin unglaublich empört gewesen. Ich habe schweineteures Geld bezahlt dafür. Und es ist so kaputt, dass die Reparatur genauso viel kosten würde wie ein neues Handy. Dann dachte ich, okay, lege ich 100 Euro drauf, und dann habe ich direkt ein vernünftiges Handy. Ich habe jetzt das Samsung Galaxy S7. Vor allem, wisst ihr, was ich jetzt ganz spontan mache? Ich treffe mich jetzt ganz diskret spontan mit jemandem, dessen Namen ihr alle kennt. Die Livestream-Zuschauer unter euch kennen ihn in- und auswendig. Ich habe ihm wahrscheinlich mittlerweile schon eine Monatsmiete zu verdanken. 200 Euro hat er donated. Okay, doch, keine ganze Monatsmiete, aber ganz viel. So, jetzt heißt es den guten Finden. Münster hat ja den Bahnhof gerade fertig. Richtig schick ist der geworden. Richtig schöner Bahnhof. Das war mein ganzes Studium, solange ich gependelt habe, eine Baustelle. Und kaum wohne ich hier. So deutlich fertig. Aber der ist wirklich schön geworden. Münster hat einen schönen Bahnhof bekommen. Okay, der gute steht jetzt oben auf dem Gleis. Extra aus der Schweiz hergekommen. Wer sieht denn hier aus, als könnte er sein? Ich glaube, er hat mich. Da grinst mich so ein Typ gerade an. Ich glaube, ich habe da wen. Da grinst mich gerade so was an. Moin, bist du es etwa? Ich hatte vorhin schon was davon gesagt, dass dieser gute Herr mir schon so eine halbe Monatsmiete bezahlt hat. Dein YouTube-User-Name lautet? Lelams, Fluvila. Genau, Fluvila, hier wird das ausgesprochen. Fluvila, ja. Boah, du kommst aus der Schweiz, richtig? Genau, ja. Was bringt dich hier nach Münster? Kleine Deutschland so eigentlich. Angefangen hat es mit so, ja, ich möchte hier kennenlernen und so. Ja. Und dann, ich war in Leipzig. Apropos da, Grüße von Oceana, Stern und Berge. Ja, nein. Ja, nein. Der gute Lennox hat gerade von mir eine Somnium-Karte und einen ganz speziellen Einblick in das Face-Design der Somnium-Karten. Wie findest du es? Die sind mega geil, ich sag's euch, die sind wirklich... Also, Jaco wirklich super Arbeit. Ja, Jaco-Bessermann, Hashtag Jaco-Bessermann-Niko-Taz. Sag euch nachher, der hat mir noch was Schönes gegeben, das sage ich mir. Nein, du wolltest ihm noch was geben. Ja, ich wollte noch was mit kleinen Grüßen an Sternchen und... Grüße an Sternchen an dieser Stadt? Ja. So unterst? So unterst. Guck mal, das würde man hier in Deutschland nicht mal sagen, weißt du. Aber ich finde es gut, ich verstehe dich. Das ist cool. Es gibt Schweizer, die verstehe ich nicht. Ich denke jetzt mal, wenn ich über Schweizerdeutsche rede, wirst du mir auch nicht mehr groß verstorben. Äh, nicht mehr viel davon. Man versteht's wohl, aber man muss sich schon echt konzentrieren. So eine kleine Donation nebenbei. Was ist das? So, oh, Alter, warte, 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 was ist das denn alles? Das sind, keine Ahnung, von 1 Cent bis 2 Euro. Und was willst du mir jetzt geben? Ja, ich wüsste nicht. Irgendwie müsste ich dann mit zurückkommen, aber Sternchen meinte, kann man nochmal... Nein, das nehme ich nicht an, das ist viel zu viel. Okay, gut, gut. Dann nicht heute, dann im nächsten Tag. An alle Schweizer, wenn ihr keine Gebühr zahlen wollt, spendet nur genug auf. Dann ist es krass. Diese ganzen Leute, die da hinten stehen, die wollen alle in den selben Zug wie ich gleich einsteigen. Wo fährst du gleich hin weiter? Du wirst wahrscheinlich jetzt heute Abend zurück in die Schweiz. Krass, du fährst einfach spontan so, okay, dann fahr ich aus in die Schweiz. Ja. Wie lange bist du unterwegs? Wir schätzen 15 Stunden? Nee. Hat ein anderes mit dran? Wenige? Ich denke, wenige. Ich denke so, wahrscheinlich so 8, 9 Stunden durch. Ich darf so schnelles sagen. Oh, das ist mein Zug, oh, das ist mein Zug, geh mal zu. Tobi weiß einen Grund, warum ich spende. Tobi darf nicht. Ja, Tobi. Was denn für ein Grund, warum du spendest? Sag mal es mal so. Ich hatte mal so eine reiche Down-Phase und so. Und ich habe dann so gesehen, wie er hier sich immer darüber freut, wenn jemand eine Nation raus hat. Und dann halt einfach, ich hatte eine Freude dran, ihm eine Freude zu machen. Und dann irgendwann kam es dann einfach so, ich habe eine Freude daran, dass er eine Freude hat und über diese Freude kriegt ihr eine Freude, weil 125.000 Leuten eine Freude und das bedeutet für mich glücklich, also, ey. Ich bin echt glücklich. Guck mal, ist das nicht ein schöner Grund, was zu donaten? Das ist nicht schön. Gönnt euch mal Breaking Magic, die macht auch geile Videos. Ja, Breaking Magic, das stimmt. Das ist echt, ja. Ja, habe ich in einem Livestream ein paar Videos bei mir angeguckt. Ja, genau. Ja, ihr habt schöne Videos. Komm, Grüße an Kartoffelkönig natürlich auch. Ja, Kartoffelkönig. Der ist natürlich auch ein Battlefreund da. Ja, aber guck mal, das ist doch schön, da hat die Community dich auch mal gesehen. Ja. Und natürlich Grüße an alle, die mich kennen, allgemein auch. Tschüssi, Lehox. Tschüssi. Tschüssi. Tschau. Hat eine Freude gemacht, man. Echt jetzt. So, vorher schaut man an. Ja. Ja. Wie findet ihr das? Daumen hoch bei cooler Frisur, daumen runter bei hässlicher Frisur. Es werden ja eh 1000 Dislikes. Ich bin aber gerade tatsächlich bei meinen Eltern zu Hause. Schaut mal mein altes Zimmer. Kennt ihr das? Vom Straßenkünstler in Florenz, Italien. Spielt mit Therese erstmal noch ein Spiel des Lebens. Ich hab 40.000 Euro. Ich auch. Kennt ihr das, liebe Freunde? Dass man immer erstmal bei der Uni startet, weil man sich so denkt, Ja, man muss ja erstmal was Vernünftiges studieren, dann vernünftigen Job, gutes Geld verdienen. Es ist ein Spiel. Okay, Theresa, soll du das anfangen und dreh mal das Rädchen? Ah, 10! Ja, fängt einfach bei 10 an. Welche Farbe bist du? Rot? Ich bin rot. Welche Farbe bin ich? Oh, das ist so blau. Wer ist so blau? Ey, das war blau. Eins, drei. Abschlussfeier. Kriegt die einfach schon ne Lebensdealkarte? Ja, ne zwei. Machst du für mich zwei Felder weiter mit? Kaufe Bücher und Arbeitsmaterial. Zahle 5.000 Euro. Oh, nur wenn's Bücher sind wirklich teuer, Noni. So, Freunde, Runde ist gelaufen. Ich bin noch nicht ganz fertig. Ich bin Polizist. Ich hab ganz viele Lebensdealkarten gesammelt, wie ihr sehen könnt. Ich zähl jetzt mein ganzes Cash. Das Ding ist, ich hab Schulden ohne Ende und gar kein Geld und Theresa hat übelst viel Money. Aber das muss nur nix heißen, weil die ganze Lebensdealkarten und das Haus... Ah, wir gucken mal. Theresa, du hast jetzt wie viel Geld? 1.810.000, ja? 250.000. 20, 30, 35. 35.000. Mein Haus ist 200.000 Euro wert. 200.000. Der großartige Moment. Ich drück auch gleich. Nein! 1,535 Millionen. Aha! Hat die mich einfach komplett abgezogen. Ist ja fake. Jetzt den Gläubis, Theresa, was wollen sie sagen? Ich fand das Spiel einfach nur cool. Okay. So, das muss ich mir so anziehen. 3, 2, 1. Heute Abend zauber ich auf einer Hochzeit und da mich viele fragen, Matti, was kann man so für Tricks auf der Bühne machen? Sag ich mir einfach mal, was ich alles so mitnehme. Ich mach mein eigenes Video zum Thema Bühnenzauberei, aber dass ihr schon mal einen kleinen Einblick gewinnt. Erstmal ganz wichtig für eine Reihe von Mentaltricks. Eine Augenbinde. Ist halt sinnvoll eine zu haben, da muss man sich nicht immer vom Zuschauer irgendwie Schals oder sowas ausleihen. Oder auf einer Hochzeit eine Krawatte oder so. Deswegen kann ich nur empfehlen. Dann wird gezaubert mit einem Zauberwürfel. Ich nehme ein Artisan-Deck in Weiß mit. Das ist nicht zu 100% random. Ich habe da ein bisschen was vorbereitet, aber das habt ihr ja im Video zu dem Thema gesehen. Mein Auftritt auf der Hochzeit war ja mein gestriges Video. Falls du das noch nicht gesehen hast, Infokarte da oben. Unbedingt auschecken. Wirklich die lustigste Show, die ich hier gemacht habe. Dann brauche ich Briefumschläge. Diejenigen, die das Video gesehen haben, wissen warum. Ein Glas. Und die Röhre hier, die kennt ihr auch. Denkt mal, ihr wisst um welchen Trick es hier geht. Dann habe ich hier noch einen Beutel und in diesem Beutel ist ein weißer Carreiner-Deck in grün. Mein Cartoon-Deck. Ja, Cartoon will ich zum ersten Mal auf der Bühne machen. Ich wollte es mal als Experiment wagen, weil es ja eigentlich eher ein klassischer Close-Up-Trick ist. Mal gucken. Und sonst noch hier so ein gewisses Bicycle-Standard-Deck in rot. Dieser Beutel hier ist besonders wichtig für einen bestimmten Zaubertrick. Das habt ihr aber auch gesehen gestern. Bücher. Und auf keiner Zaubershow darf fehlen meine Pirien-Cain. Und ungelogen, das war es auch schon. Das ist alles, was ich mitnehme. Sieht nach total wenig aus, aber man kann unglaublich viel damit machen. Also, die wollten mich jetzt für eine halbe Stunde haben. Und mit dem ganzen Zeug fülle ich locker eine halbe Stunde. Ich werde doch bestimmt noch ein bisschen überziehen. Lass mich aber trotzdem für eine halbe Stunde bezahlen. Freundschaftsrabatt und so. Was ich sonst normalerweise auch immer noch mit dabei habe, ist mein Invisible-Deck. Das kannst du wirklich bei jedem Kartentrick immer als Erweiterung noch verwenden. Du benutzt das Invisible-Deck mittlerweile wirklich nicht als eigenen Trick, sondern immer als Abschluss zu einem anderen Trick. Das heißt, der Zuschauer zieht irgendeine Karte, macht damit irgendwas. Und am Ende von diesem Trick, wenn er dann schon verblüfft ist, sage ich, ich habe außerdem noch ein Kartendeckchen mitgebracht. Das ist dann das Invisible-Deck und buff, die Karte hatte ich vorher umgedreht, so nach dem Motto. Immer noch mal eine coole Erweiterung und auf jeden Fall bühnentauglich. Ich übe mein Programm jetzt noch einmal durch. Hier so ein bisschen durch, wann ich was sagen will. Dann geht's auch gleich schon los. So, ich bin angekommen und ich werde gerade auch schon begrüßt, wenn ich das sehe, von den Schwestern der Braut hier. Eine Frau, davon kennt ihr sogar die Sandy? Ja, man, erkennt euch auch total. Wenn sie dir fragen, wie du bist, dann musst du einfach sagen, dass du gut bist. Wenn du nicht wirklich gut bist, dann kannst du einfach sagen... Die Hochzeit geht ja noch ein bisschen weiter, oder? Bowser hat gerade Prinzessin Peach entführt. Ey, wieso fokussiert der denn nicht? Mario will sie gerade retten. Hallo Mario! So, Freunde, die Show ist gelaufen. Boah, ich bin so fett. Ich hoffe, die waren einigermaßen zufrieden. Wollt ihr in den Vlog mit rein? Ja. Wollt ihr irgendwie wen grüßen oder sowas? Hi. Sag mal hi. Ja, meine Oma. Meine Fußballmannschaft E3 aus Hagen. Sehr gut, dann musst du denen Bescheid sagen. Ich grüße meine Fußballmannschaft aus Lien E1. Montags 40 Uhr. Genau, Montags kommen immer meine Vlogs. Ich kann erst mal durchschnaufen. Hast du auch Live-Chats? Ich mache auch Livestreams, ja. Alter, voll der Brummer. Voll tief. Pass auf, der ist hinter dir. Ist hinter dir? Ja, egal. Ist nicht so wild. Hab ich weggezauert. Aber dieser Name allein schon. MrTrixXL. Ja. Das ist heftig geil. Heftig geil. Ja, das ist so ein Watch-Spiel, ne? Erkennt ihr jemanden auf diesem Bild? Irgendjemand nie? Habt ihr auf jeden Fall schon mal gesehen? Abonniert alle MrTrixXL. Yes. Und schaut das Curve-Viva. Genau, schaut das Curve-Viva, Let's Play. Da kam sie vor, da oben in der Infokarte. Da hat sie übelst rasiert. Ich bin ansonsten eine ganz nette Person, Freunde. Abonniert mich bitte. Ja, wie viele Abonnenten hast du mittlerweile? 121. Du hast über 100 Abonnenten ohne Video. Wow. Ist ja wie Splatendo. Abonniert Splatendo. Ja Splatendo müsst ihr auch abonnieren. Und Sandy, hier Link in der Videobeschreibung. Info hat alles. Wie fandet ihr die Zaubershow? War die in Ordnung? Ja, war die lustig. Ja, war die lustig? Nein. Ich lache laut so wie so ein behindertes Walross oder so. Achso. Achso. So wie heiße. Kannst du das mal vormachen? Nein. Wie fandet ihr die Show? Ich musste oft lachen bei einem Trick. Wieso? Waren die so schlecht, dass man da lachen musste? Ich wollte nur kurz anmerken, guck mal wie gut diese Kamera in der Dunkelheit ist. Seht ihr das? Das sieht aus wie Tag. Super hell. Es ist komplett dunkel mittlerweile fast schon. Aber die Kamera, die checkt das noch. Hat eine sehr sehr weite offene Blende. Was machst du da? Was machst du da? Schatz, es war richtig super. Ich sag dir gleich noch mal mehr. Ich muss jetzt eben schnell weiter. Und 22.22 Uhr. Okay. Und zwar. Alter, voll Sinn. Warte, ich probier jetzt was aus, liebe Freunde. Und zwar. Unser eigenes Deck ist fertig und ich möchte euch ein paar der Frontseiten zeigen. Ich möchte einfach nur gucken, wie ihr reagiert. Warte. Nee. Oh mein Gott. Alles klar. Der sieht gut aus. Ja, erkennt man? Ja. Oh mein Gott. Wie cool. Mehr will ich gar nicht zeigen. Das sieht mega geil aus. Mega cool. Eben kurz. Wie viel ist das Deck? Das ist mega geil. Ich will das haben. Das ist super cool. Ja. Ich hoffe das. Cool. 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 Die ist krass, ne? Guck mal, wenn ich den Shutter jetzt noch länger mache. Warte. Guck wie hell das wird. Seht ihr das? Oh mein Gott. Astreine Kamera. Habt ihr natürlich hier dafür gesorgt durch eure Donations? Ey, hat mir der Hasenohr, hat die mir eine Hasenohr gemacht? Jetzt hab ich ja hier vierfach Ohren. Was soll ich denn mit vier Ohren wissen? Tschüssi, danke, dass ihr mich willkommen geheißen habt. Ne, der Braut hat schon Tschüss gesagt. Ey, dem Bräutigen hab ich gar nicht Tschüss gesagt so offiziell. Das geht nicht. Ne, Tschüssi. Sag ihm, ich hätte gerne Tschüss gesagt, aber er war grad mit Rauchen beschäftigt. Das ist so. Rauchen gefährdet die Gesundheit. Gesundheit. Verstehst du? Ja. Tschüss müssen sie sein. Tschüss. Du musst auch Tschüss sagen. Ja. Freunde, ratet mal, wer mich gerade zum Bahnhof fährt, damit ich noch jetzt mitten in der Nacht den Zug nach Münster wieder kriege. Der beste Bruder der Welt. Danke, Tobi. Danke, Tobi. Danke, Tobi. Mach mal deinen Tobi-Blick. Ist am Steuer ein bisschen schön. Ja, am Steuer ist das kein Problem. So eine Uhrzeit, du bist hier mitten auf dem Land, alleine an so einem Bahnhof, verlässt dich auf den Zug und willst damit fahren. Und dann kommt da sowas. Das ist natürlich total beruhigend. Und ja, ich trage eine Cap und einen Anzug. Es war auf jeden Fall für mich eine total tolle Erfahrung mal wieder. Ich liebe es ja. Ich liebe es, live auf der Bühne zu zaubern. Ich will auch einmal experimentieren, welche Tricks sich gut für die Bühne eignen, welche eher nicht so. Ich muss sagen, Cartoon kam besser an als gedacht. Ein anderer Trick kam dafür überhaupt nicht so gut an wie gedacht. Information nach Münster. Heute circa fünf Minuten später. Toll. Der Zug in die Gegenrichtung ist auf jeden Fall schon mal da. Dieser Neid. Hä, ist das Schnecke? Leute, guckt euch einfach mal an, wie lichtstark diese Kamera ist. Ist das nicht unglaublich? Guckt mal, es ist Nacht. Es ist halb eins Nacht. Da hinten ist der Mond. Alter, guckt euch das mal an. Guckt mal, Freunde. Wie cool ist das denn? Man erkennt den Mond. Der ist sogar überbelichtet. Diese Kamera ist einfach unglaublich. Also wirklich an dieser Stelle nochmal fettes Dankeschön an alle, die dafür donated haben, dass wir das jetzt hingekriegt haben, diese Kamera zu schaffen. Wie fandet ihr den Vlog von letzter Woche und den Vlog dieses Mal? Die werden natürlich nicht so viel geklickt wie in meinen anderen Videos, das ist klar. Aber darum geht es mir gar nicht. Bei den Vlogs geht es mir darum, mich als Person darzustellen, dass ihr meine Tagesabläufe seht, dass ihr seht, was ich so erlebe und dass ich das mit euch teilen kann. Das ist mir da wichtiger, als damit jetzt irgendwie fett Kohle zu verdienen oder so. Und deshalb passe ich jetzt um solche Zeit mit dem Zug zu fahren. Ich hab keine Kopfhörer mit. Ohne Witz, ich hasse das hier nachts am Hauptbahnhof zu sein. Die sind nur assis und besoffen und bekiffte und äh. So ein Assi läuft hier gerade an den ganzen Fahrrädern vorbei und schmeißt das einfach um. Guckt mich so an, grinst so und geht einfach weiter. Wir sind mal sozial heute, komm Freunde. Ich weiß, ich wäre auch sauer, wenn es mein Fahrrad gewesen wäre. Deshalb machen wir heute mal auch sozial und jetzt schnell nach Hause radeln. Ich bin hier schnell weg. Ah, das mach ich morgen. Ich hab jetzt kurz nachher beschlossen, weil ich noch mega den Hunger hab. Ich hab keinen Bock jetzt mitten in der Nacht noch was zu kochen oder so. Ich fahr jetzt einfach eiskalt eben rüber zum McDonalds. Im Anzug. Schon ganz praktisch so mitten in der Stadt zu wohnen. Oh, wird grün. Ich hab Hunger. Bitte. Okay, ich sage 3, 2, 1. Als wenn. Hallo, für mich ein McDowell Chili Cheese, ein Chicken Burger und so eine Apfeltasche. Apfeltasche? Ja. Werdes mitnehmen bitte. Bitte. Danke. Erstmal Hände waschen. Das hat Priorität, liebe Freunde. Ich kann einfach zu viele Schlingeln, die so unglücklich sind. Und sich die Hände nicht vernünftig waschen vom Essen, ey. Glaub mir, die eine Woche Mikrobiologie-Praktikum, die ich gemacht hab, die haben mir gereicht. Ich hab grad auf Twitter einen ganz interessanten Kommentar von Tim Peters bekommen. Matti, was hättest du eigentlich von denen, die immer in die Kommentare schreiben, der Boden ist Lava? Ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse es wie die Pest. Ich hasse YouTube-Standard-Kommentare. Und als mir das bei Leuten aufgefallen ist, dass sie das mehrfach gemacht haben, hab ich sie auch einfach blockiert auf meinem Kanal. Also ihr seht, mir auf Instagram-Folgen lohnt sich, mir auf Twitter-Folgen lohnt sich. Guckt mir einfach überall. Leute, fress diesen Fraß nicht, ja? Das ist weder Fleisch, noch Brötchen, noch Käse, noch sonst irgendwas. Das ist wirklich einmal im halben Jahr bei mir, dass ich zu McDonalds geh. Das schmeckt nicht mal. So, und jetzt mal so zum Abschluss, liebe Freunde. Was kann man gegen trennende Augen machen, wenn das so mega brennt, egal ob man es auf hat oder zu hat? Ist das Übermüdung? Ich sitze gerade am Schnitt von genau dem Video, das ihr gerade seht. Hab gemerkt, wie viel noch die Abmoderation? Ich vermisse einfach nur meinen Schlaf. Jetzt irgendwie die fünfte Nacht in Folge oder so, bei der ich nicht vor 3 Uhr oder so im Bett war. Aber naja, vier Videos die Woche, das kommt natürlich zu einem Preis, ne? Ich hatte sonst vergessen, ein Musikrätsel aufzulösen, schon seit Videos. Dabei hat es sich gehandelt um Iris von den Goo Goo Dolls, was als allererstes die Seriöser hier richtig erraten hat. Herzlichen Glückwunsch an dich! Und herzlichen Glückwunsch an alle Zuschauer da draußen, die jetzt dieses Video bis hierhin zu Ende geschaut haben. Wenn ihr es bis zum Ende geschafft habt, schreibt einfach mal in die Kommentare. Hashtag juckende Augen, zusammen mit einem Vorschlag, was ich dagegen machen könnte. Ich hab ja eine gute Idee. Schlafen. Ich schneid das jetzt eben noch zu Ende und lad das hoch und so. Ich hoffe, euch hat dieser Vlog gefallen. Es war ein bisschen was anderes diesmal. Ich weiß nicht, weil es mal ein bisschen entspannter und nicht so aufgedreht wie sonst. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ihr so ist, lasst es mich doch gerne mit dem Daumen nach oben wissen. Ansonsten verlinke ich euch unten links zu mir in meinem Netz. Das ist hier unten rechts der letzten Vlog. Auf der Seite könnt ihr mich abonnieren. Auf der Seite sind wir so schön. Bis dahin. Eim ist der Tricksalon. Ciao. phosphorus krass, wie sich das Ringleiter hinten in meinem Playbutton spielt. vor groß groß